Das ist die Sony Alpha 7 II, die weltweit erste Vollformat-Kamera mit integrierter 5-Achsen-Bildstabilisierung. Diese Form der Stabilisierung gleicht Verwacklungen und Vibrationen besonders gut aus und sorgt stets für gestochen scharfe Aufnahmen. Und das Beste, da die Stabilisierung in die Kamera integriert ist, können Sie jedes beliebige Objektiv verwenden. Die Kamera bietet außerdem einen verbesserten Autofokus, der mit 117 Autofokuspunkten für äußerst schnelle Reaktionszeiten sorgt. Da sie 30% schneller ist und Motive 1,5 mal präzise erfasst als die Alpha 7, haben Sie Ihre Aufnahmen jetzt noch schneller im Kasten. Ihre Leistungsstärke verdankt die Alpha 7 II dem Vollformat-Sensor mit 24,3 Megapixeln sowie dem Beyoncé X-Bildprozessor. Der Vollformat-Sensor erfasst jedes Detail präzise, während der Prozessor für eine schnelle Verarbeitung sorgt. Die Sony Alpha 7 II Kamera mit integriertem 5-Achsen-Bildstabilisator bietet in jeder Situation beste Bildqualität. Der Vollformat-Sensor erfasst als die Züge von der Worme. Der Vollformat-Sensor erfasst als die Züge von der Worme. Der Vollformat-Sensor erfasst als die Züge von der Worme. Der Vollformat-Sensor beträgt eine Züge von der Züge von der Worme. Die Sony Alpha 8 II wird einvielfältiger sein.